Ich hatte es gerade schon gesagt, ich habe einen Song geschrieben, namens Hierkampstelight, für die Initiative Kelly. Das heißt, ich habe nicht einfach gesagt, so, das ist jetzt euer Song, sondern den Song gibt es auch auf einer CD. Diese CD gibt es vorne an der Kasse, da bin ich auch sehr häufig, für 5 Euro. Ich denke, 5 Euro hat irgendwie jeder in der Tasche. Und diese Einnahmen gehen eben an die Initiative Kelly. Ein Großteil der Einnahmen, 3 Euro von 5. Und ja, es würde mich freuen, wenn euch das Lied gefällt. Es würde mich freuen, wenn ihr eine CD kauft oder zwei oder drei. Kann man sicherlich auch gut verschenken. Ja, es ist für einen guten Zweck und ihr habt dafür auch noch ein bisschen Musik. All these time you stand this playing. So many times you thought it's your fault. Und hier in the dark you can see the end of the line. Oh, here comes the light. Okay. Ah, here comes the light. Okay. Can you tell what really happened? Could you hear what has been told? Do you feel now that the supper is going away? Because now it's gonna change Oh, here comes the light Get up and cry Get out to the world That we are free And they will see That nothing can stop us now Look up to the sky And you see That here comes the light All the ways That you've been lost in danger So why there will be no way out But now that there's hope and love again I can tell That here comes the light Oh, here comes the light Get up and cry And out to the world That we are free And they will see That nothing can stop us now Look up to the sky And you see That here comes the light Look up to the sky And you see That here comes the light So, now it's really a musical pause But, as I said, if you like my music, it would be great if you buy the CD for 5€. I'm at the store now. Thank you very much. Thank you very much 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 Vielen Dank.